Airpods by Travel Nerd Als Orientierungshilfe auf großen Flughäfen ist Airpods by Travel Nerd ein hilfreicher Reisebegleiter. Die App hält Karten der Terminals und Gate-Angaben parat. Außerdem führt sie eine Liste an vorhandenen Restaurants, Bars, Geschäften und Vielflieger-Lounges des jeweiligen Flughafens. Auch sind in den Übersichtsplänen Symbole für Toiletten und Wickelräume eingezeichnet. Öffnungszeiten von Restaurants, Preisangaben von Hotspot-Anbietern und Hinweise zu öffentlichen Verkehrsmitteln vervollständigen den Flughafenführer. Seit dem letzten Update können Benutzer ihre Flugdaten erfassen und haben so Angaben wie Flugzeiten, Gates und Terminals stets griffbereit. Ein großes Manko der App ist die Abhängigkeit vom Internet. Der Anwender hat keine Möglichkeit, einzelne Flughäfen für den Offline-Gebrauch zu speichern. Der Reisehelfer liegt zudem nur englischsprachig vor. Gerade für große Flughäfen ist Airpods by Travel Nerd aber ein nützliches Programm, das allerdings viel Raum zur Weiterentwicklung lässt. Viele Flughäfen fehlen noch, sind aber angekündigt.